Herzlich willkommen in Berlin. Ich bin Klaus Wovereit, der Regierende Bürgermeister von Berlin. Heute lernst du etwas über unsere Stadt, in der ich geboren bin. Berlin ist die größte Stadt Deutschlands, ein eigenes Bundesland und hier leben ungefähr 3,5 Millionen Berlinerinnen und Berliner. Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland und Sitz der Bundesregierung. Hier steht der Reichstag samt neuer Kuppel, das Bundeskanzleramt, das Brandenburger Tor und der Fernsehturm. Den kann ich sogar von meinem Büro aus sehen, dem Amtssitz natürlich das Berliner Rathaus. Berlin hat eine bewegte Geschichte hinter sich, die euch Stefan Bayer von SofaTutor erklären wird. Deutschland verlor den Zweiten Weltkrieg. Die Siegermächte konnten sich nicht einigen, wie es mit Deutschland politisch weitergehen sollte. Deshalb teilten sie das Land und die Hauptstadt Berlin in zwei Hälften. Einige Jahre später wurde sogar von den einen eine Mauer errichtet, die mitten durch Berlin verlief. Die Menschen aus Ost-Berlin durften nicht mehr nach West-Berlin reisen. West-Berlin gehörte zu der neu gegründeten Bundesrepublik Deutschland, der BRD. Ost-Berlin war Teil der Deutschen Demokratischen Republik, der DDR. In dieser Zeit gab es sozusagen zwei Städte mit zwei Bürgermeistern und zwei Rathäusern. Durch die friedlichen Demonstrationen der Bürger in Ostdeutschland kam es 1989 zum Fall der Berliner Mauer. Damit waren Deutschland und Berlin wieder vereinigt. In Berlin werden wichtige politische Themen besprochen, auch für ganz Deutschland. Deshalb sitzt hier unsere Bundeskanzlerin und das Parlament. Vielen Dank, das hat Stefan wirklich gut erklärt. Ein Tipp von mir, erkunde doch einmal selbst diese tolle Stadt und den Verlauf der ehemaligen Mauer. Ein Teil von ihr wurde nämlich zur Erinnerung erhalten. Ich wünsche dir viel Erfolg in der Schule und bis bald in Berlin. Dein Regierender Bürgermeister von Berlin, Klaus Wovereit.